hallo willkommen zu einer neuen folge marvin und phillips adventskalen recht enttäuscht heute darfst du drücken und jetzt kommentare tatsächlich heute ist die heute eine reihe raus und das ist diesmal kein dummes rates spiel ich weiß habe ich schon alles dieses kein dummes rates spiel das ist so dann das ziel ist einfach weiß genau 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 dann in game und echt jetzt okay so so er jetzt nicht schicken ja ich rede gerade ein bisschen wenig aber ich meine stimm ist gerade nicht im arsch wenn ich und nahe sind bei dir was verkaufen ich nehme mir jetzt zu verstande raus nachdem ich die war uns als andere ließen die zu bestellen weil das mit pilz ist das ja textwerk und so ich bin wieder zurückgeschmissen er geht nicht aber die ersten wie er mir einfach alles zu wirft ja 1 breit noch komme ich jetzt zu dir rein und steckst dir rein nimm es jetzt ich bin bei dir das spiel muss man einfach nur reißen clay herstellen mehr brauchst noch möchten sie schlittschuhe kaufen ich weiß nicht ok jetzt habe ich quasi alle dinge und jetzt sieht man wie scheiße ich den kraften werden aber es ist er weiß nicht 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 sein und so stelle entklaften wenn es mehr drin gewesen hätte ich habe so schnell mit doppelklicken und gezogen und reingelegt wenn ich euch auch mal sammelt das machen aber auch so was und dann an deswegen hat Philipp diesmal den weißen Clay zuerst gehabt so der hat ziemlich oft gewonnen und jetzt haben wir ein knackiges Spiel mit Kommentaren und ist schon voll gerne und zwar schön dass ihr auf den schauen hat beim Abend und findet Adventskalender und klar wollen nicht machen kommentiert Philipp ist ein langen lassen bleibt eine positive Bewertung abonnieren kostenlos das hat er gesagt ja ist jetzt ich nehme jetzt wirklich auf dann kann ich fett werbung machen aber nehmen kostenlos fett liken kommentare zu spam ja gut dann sehen wir uns in der nächsten okay dann bis zum nächsten Mal